Ja, wir sind ein Theater und wir twittern. Doch was ist Twitter eigentlich? Twitter hat ursprünglich mit Vögeln zu tun, beziehungsweise einem Vogel und was dieser so hinter seinem Bildschirm treibt. Bei der Twitter-Theater-Woche gewähren euch deutsche Theater einen Blick hinter ihre Kulissen und nehmen euch mit in dieses fantastische Kulturerbe. Dann sprecht ihr dann, wenn ihr auch nur vier Wochen proben werdet, dann trinkt ihr es. Oh, fürchterlich. Graul. Als die Premiere war, habe ich mir gesagt, jetzt müssen wir anfangen. Entsetzend. Damit man sich in all diesem virtuellen Durcheinander zurechtfindet, gibt es ein Hashtag. In unserem Fall ttw3c. Und auch wir vom Residenztheater sind mit dabei, und zwar am Freitag, den 13. Wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung und bieten euch dafür einen Tag voller Wahnsinn, Kunstschnee, Rollschuhen, Verlosungen, Sean Paul, Freibier, Würstel und selbstgemachten Nussecken. Und auch besgane. Das war's.